So, Moin, da sind wir wieder, und fast die gleiche Runde wie vorher, wir haben Schnizzi noch neu, ist aber nicht mit im TS, und joa, ich denk mal, da können wir loslegen, wa? Jo, los geht's. Schnizzi bei Dizzy. Schnizzi, Dizzy. Oi. Zwei, eins. Wie? Oh, so schöne neue Kategorien, oh, ciao. Boah, was weiß ich? Funden werden müsste, Alter? Was? Keine Ahnung! Was? Alter, wir hätten DAS gemacht. Finde ich richtig gut. Morgen, Ritual. Ja, das haben eh alle. Dann sagst du, schrei gleich was anderes, ey. Erste Tatnamen. Erste Tatnamen. Ach, scheiße. Er ist doch dasselbe wie morgen Ritual. Wer war denn so schnell? Zehn Sekunden warten. Zehn Sekunden warten! Hab ich. Hab ich. Hab ich. Was erfunden werden müsste. Welteroberungs-Do-It-Yourself-Buch. Wolframmgewehr. Wölfe im Tierheim. Wunderheilmittel. Weinregalspender. Weltraumschiffe mit Lichtgeschwindigkeit. Was? Wachwerden. So, klar. Ja, genau. Weil Haller alles so schreiben? Wien. Wäsche waschen. Waller, Junge. Wasche waschen. Wasche waschen. Soll Wäsche waschen heißen. Vollwäsche waschen heißen. Das ist perfekte Weihnachtsgeschenk. Weihnachtskugeln, Wagen, Willi Geweiber. Und die Wockers von Schokoladenfabrik. Genau. Achso. Wieso waschen? Wieso nimmst du das? Wieso nimmst du das? Ich hatte das waschen eigentlich oben beim Morgenritual. Habs halt in Wäsche waschen umgeändert. Das macht Alex mit seiner Oma. Mach heilen. Wischen. Wischen auf die Tippen. Wischen auf die Tippen. Schau. Haha. Gut. Wenn ich groß bin. Komm doch nicht Format in die Aufnahme hier. Ähm. Wenn ich groß bin. Wunderlampeingenieur. Weihnachtsmann. Wunderlampeingenieur. Achso. Werd ich mal weinen. Okay. Hä? Weinen. Walfänger? Achso. Ja stimmt. Wattwanderer. Wettermoderator im Fernsehen. Haha. Haha. ZDF. Gibt's schon. Was denn? Wach werden. Waschen ist raus. Oh. Jawoll. Dinge die jeder hasst. Wichteln wandern. Wandpisser. Also ich hasse keine Wandpisser. Ich auch nicht. Doch. Wenn's meine Wand ist. Lass ich drin. Okay. Boah. Schnell Schluck nehmen. Und weiter geht's. Uh. Was schreibe ich da nicht. Das. Ja. Wie auch immer. war. Ich schreibe die richtigen Scheiße. Schnell. Ja. Ja. Das hat bestimmt einer. Aber erstmal das zu finden. Ja. Ja. Aber immer die letzte Kategorie. Mir fällt immer nichts ein. Ah. Verdammt. Was. Zum Glück hatte ich alles. Ich hab was nix. Alter. Okay. Was erfunden werden müsste. Ukrainisches Gulasch. Fünfte Welle. Gibt es garantiert schon. Keine Ahnung. Ich google das jetzt. Mach das. U. Uf und in der Luft. Uf und in der Luft. Vom. Ja. Aber. Aber Ufos gibts noch so. Skulasch vom Mikrowellenherrn. Welt der Rezepte. Urinieren! This is souißlich. Alter. Urinieren! Puta! Oma! Ihr pisset ein unter Lauter. Hahahaha. Also Palte, gibt es das ungarische Gulasch für die Mikrowelle? Hier, ähm, U-Boot? Ich würde sagen, ja. Also ja. Egal, ihr müsst das selber sehen, meiner Meinung nach gibt es Gulasch für die Mikrowelle. Unter welche Unterhose ist das dasselbe? Was sind denn bitte schön Unterstände für Gamer? Ähm, wo denn? Bei dir. Ach, da oben? Wo? Was erfüllen werden müsste. Wo sind wir denn über? Also, dass wir Gamer... Bei der ersten Kategorie. Wie bitte? Mal verklären. Also, dass da nur Gamer hin dürfen, damit wir uns so gemeinsam unterhalten können, dass da keine anderen Affen da halt... Weißt du, zum Beispiel Hannover. Du bist ja da halt so, dass nur ein Unterständ, da dürfen nur Gamers hin. Mit ihren PCs, ähm, iPhones, smartphones, wie auch immer. Aber Unterständ ist was, wo ich mich drunter stelle, wenn es regnet. Ja, genau. Das ist es ja. Ja, genau. Da dürfen nur sich Gamer unterstellen. Unterstände für Gamer. Da sehe ich als sehr grenzwertig an. Ja. Lass es gelten. Okay, also Morgenritual. Urinieren fliegt erstmal überall raus. Umfallen. Untertassen beobachten. Okay. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Unterhosen. U-Boot. Unterbodenschutz. Ursula. Figur. Ariel. Ah, okay. Was? Okay. Unterwäsche. Unterberg. Glitterweise. Unterberg. Glitterweise. Das macht Alex mit seiner Oma. Um den Block zwängen. Um den Block. Und das Regal öffnen. Umarmen. Unterbringen. Unter den Rock schauen. Umziehen. Wenn ich groß bin, werde ich mal unartig. Ukrainer. Michi will jetzt Ausland. Alles klar. Urlaub machen. Unkensammler. Urinalwächter. U-Boot-Kapitän. Ute Rostauer. Erste Tag nach dem Aufwachen. Umgucken. Gibt's zwei Mal. Oh, zwei Mal. Oh, das kann ich nicht sagen. Umdrehen. Und kratzen. Und dann durchgehen. Oh, ich bin so froh. Ich wollte auch zuerst umdrehen machen. Hab dann aber umwälzend genommen, ne? Geil. Ja, Füchse hier. Ich wollte umgucken. Aber das ist ja eh verkackt gewesen, also. Egal. Dinge, die jeder hasst. Urologen. Umlaute. Unpünnen. Unpünnen. Ja, ich war nicht fertig. Ja, musst du auch. Unterwäsche. Ja, da war ich noch im Überlegen. Ich wollte es rausnehmen, weil ich wusste, dass Palte das auf jeden nimmt. Ich hab's auch erst geschrieben. Ich hab's wieder weggenommen. Wer ist Reindeer? Ich. Maul. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wer fertig gemacht hat, aber da war ich am Überlegen. Ja, ich wusste, dass du das nimmst. Warum schreibst du dann hin? Besser, dass wir da stehen haben. Vielleicht bist du noch nicht bis zu einem gekommen. Weiß man ja nicht. Egal. Ey, ohne Scheiß. Beide, brüßt euch in. Sorry. Prost. Wer war am meisten vorhin? Oder ist immer noch? Oh, ha. Hey, mir fällt nichts ein. Bei mir ist es gerade richtig krass. Egal. Ah, scheiße. Ich hab die. Nein. Alter, ich hab was. Alter. Zwei oder drei. Da ist die Ameise. Ich nicht. Das ist das Palte. Egal. Was erfunden werden müsste. Hungers, Not, Bekämpfungsmaschinen. Halsabschneider, Hubschrauber zur Arbeit. Den gibt es eigentlich schon. Das muss er nicht erfunden. Man muss nur genug Geld haben. Ja. Hunde, Ausführmaschine. Ja, komm. Hallo, hallo, hallo. Ungarischen, äh, ungarisches Gulasch habt ihr auch stehen lassen. Ich hab's weggeklickt. Du hast es stehen lassen. Ich hab es weggeklickt. Hunde, Ausführmaschine. Es gibt Leute, die... Ja, die das machen. Aber keine Maschine. Aber keine Maschine. Und ich will eine Hundelein übers WLAN. Morgen Ritual. Hochspringen. Hände waschen. Hinsetzen. Hüpfen. Haaren entlernen. Diesmal, diesmal, ne? Hurenficken. Diesmal. Hier ist echt nichts anderes eingefallen. Hurenficken. Das perfekte Weihnachtsgeschenk hochhaus. Ja, ein ganzes Hochhaus. Das ist doch ein cooles Geschenk. Kannst du es vermieten und so. Holländischer Käse. Hupfdole. Hammel. Handgemachtes. Haargel. Ja, da sehe ich alles okay. Ey, der HG ist doch kein perfektes Weihnachtsgeschenk. Aber eine Hupfdole oder ein Hammel oder was. Oder was Handgemachtes. Holländischer Käse ist auch scheiße. Entweder nichts oder alles. Ja, okay, alles. Das macht Alex mit seiner Oma. Hauen. Hackengas geben. Haare waschen. Häckseln. Menschen. Humburg treiben. Hintern versäulen. Hunger lassen. Husten. Beste. Oh, Junge, das ist natürlich auch hart. Wenn ich groß bin, werde ich mal Hausmeister. Heisenberg. Humanoid. Aber das ist man doch eigentlich schon. Hä? Wenn ich groß bin, werde ich mal Heisenberg. Ja. Ja. Heidenberg ist der Typ aus Breaking Bad, der Crystal Meth braucht. Breaking Bad, guck ich nicht, kenne ich nicht. Aber Humanoid. Was hast du gerade gesagt? Ich kenne keinen Breaking Bad, kenne ich nicht. Heidenberg. Ja, dann sieh zu, Alter. Nee. So, weil es war auch. Ich bin das immer auf Drücker Haus. Breaking Bad ist geil. Okay. Ah ne, Palter hast du recht, Humanoid ist ja ein Halbmensch, Halbroboter hast du recht. Also toll. Hüter, Hippie, Hubschrauberpilot. So, erste Tat nach dem Aufwachen. Hinlegen, Hohnen kratzen, Hamster. Heimlich aufwachen, Hände waschen, Haustür öffnen. Ich glaube, heimlich aufwachen soll himmlisch aufwachen sein, oder? Ja. Himmlisch aufwachen. Himmlisch. 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 Ja, geht auch. Himmlisch. Ist auch okay. Heimlich aufwachen würde ich auch gelten. Die erste Tat nach dem Aufwachen ist mal die Haustür öffnen. Also ich hatte es so steht, eigentlich wollte ich noch einen Klammern Zusatz machen. Von wegen hier ist alles super singen aus dem Lego Film, weil die das ja immer machen morgens. Aber passt schon. Was ist ein Havi? Ich weiß gar nicht mehr, was ich schreiben wollte. Okay. Keine Ahnung. Was ist ein Havi? Was ist ein Havi? Was ist ein Havi? Was ist ein Havi? Habitak oder was? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich mag Hasenpalte. Die schmecken lecker. Das ist genau wie ich. Ich weiß es. Okay. Jeder hasst Hasen. Pünchen. Das hätte ich gelten lassen. Aber Hasen? Pünchen. Ein niedliches Hühnchen? Das bestimmt eine Falle. Aber falle ich nicht rein. So, wer fühlt denn noch? Okay, nächste Runde? Keiner. Weiter. Okay. Letzte glaube ich, ne? Oh, J. Super. Ciao. Das habe ich, auch wenn es kacke ist. Das hat jeder. Ja. Oh, das kann ich nicht bringen. Doch, ist egal. Nein, das bringe ich nicht. Das ist so heftig. Ich bin babababababam. Hm. Hm. Das ist eh falsch geschrieben, aber egal. Äh. Nee, das kann man bei Dingen, die jeder hasst, nicht bringen. Das ist zu... Ich bring das. Oh, fuck. Na, fuck, Alter. Ich wollte gerade losschreiben. Egal. Was erfunden werden müsste. Pika Jode, Juggernaut, Juggernaut, Junkfood zu Normalflutmaschine. Alter, ähm, ähm, wer hatte Juggernaut geschrieben? Gut, dass ich meins nicht hingeschrieben habe, was ich im Kopf hatte. Ich wollte gerade Juggernaut hinschreiben, ne? Oh, ich habe richtig Glück gehabt, wa? Ich wollte gerade J... Ne, J steht da schon. Egal. Egal. Was? Jungel? Was ist denn... Was ist denn Jungelsimulator? Eigentlich Dschungel, aber Dschungel wird mit D. Ja, das ist... Ja, das ist... Ne, ist schon in Ordnung. Also, wenn das erste... Wenn der erste Buchstabe falsch ist, dann kann es auf gar keinen Fall in Ordnung gehen. Sorry, Jungs. Okay. Also, so viel... Das ist echt nicht das... Das geht gar nicht. Juggel... Ja, aber der erste Buchstabe muss schon richtig sein. Juggel, Jungs. Ey, hättest du denn wirklich geschrieben Joachim-Simulator, ne? Der wäre alles nur noch gewesen. Bist du ein richtiger Joachim, weißt du? Okay. Morgenritual. Jochen kratzen. Jammern. Jongliern. Diffen. Jongliern ist doppelt. Oh, nein. Und jaulen. Was ist das auf ein blödes Morgen-Etoile, ne? Jonglierbälle. Jissen. Ja, doch. Doch, ist schon so weit eingedeutscht, dass geht. Das passt. Danke. Das perfekte Weihnachtsgeschlänk. Jonglierbälle. Ja, aber Jupp. Ja. Jupp. Ja, Jupp. Da war ich gerade am Schreiben. Jupp. Jonglierbälle. Jet, Jeans. Jupp. Jins und Yu-Gi-Oh-Karte. Jupp. Jupp. Jupp, genau. Aber nur original, ne? Aus dem LON-Booster. Also heißt nicht Boing-Genau, sondern Jupp, genau. Genau. Jupp. Gibt's das nicht zu essen? Ich google das kurz. Vielleicht gibt's das. Das dumme Buch auch falsch. Ja, mit Jock auf jeden Fall. Hallo, da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal bei Eing. Das macht Alex. Das macht Alex mit seiner Oma. Stimmt. Das hab ich ja auch geschrieben. Jetzt verbuddeln. Verbuddeln. Ne, passt. Jetzt verbuddeln. Jager spielen, Jahrmärkte besuchen, Jux und Dollerei treiben, Jagen. Ist Jahrmärkte richtig? Ja, scheiße. Eigentlich kommt da noch ein R hin, aber es sind ja Jahrmärkte. Passt noch. Das ist eigentlich ein Markt, der einmal im Jahr kommt, denke ich mal. Daher auch der Name. Dägen. Wenn ich groß bin, werd ich mal Jodler, Jiki Ritter, Jumelbuch 3, Egg. Jemand sein, Juniorpartner in einer Anwaltskanzlei. Alter, wer ist der Rat hier nochmal? Ich. Ey, passt. Erste Tat nach dem Aufwachen, Jodeln, Ja sagen, Jammern, Dissen, Hicksen. Ah, Flug auf. Flug auf. Jammern, Juckreiz bekämpfen. Oh, Jammern, Schweinwald. Ja. Dinge, die jeder hasst. Jäg, Juden doppelt. Ihr habt es wirklich gebracht. Ich hab, ich hab zuerst auch nicht gebracht. Das soll doch nicht wahr sein. Das wollte ich auch nicht reinschreiben. Ich hab, ich hab zum Glück noch umgegangen auf Judenstern. So eine Scheiße auf meine Jäger, ey. Mir ist echt nichts anderes eingefallen. Ey, folge ich, die beiden in einer rum sind, ne? Ja, ist so. Voll unglaublich. Das ist unbeschreiblich, es tut sich hier ab, meine Damen und Herren. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, jetzt war kackig. Das ist ja eh vorbei. Echt? Ist vorbei? Stimmt, letzte Runde. Nee, wir haben noch, glaub ich, ne? Meinst du, da haben wir noch eine Runde? 4 von 4. Nee, das muss die letzte sein. Okay, dann was ist das. Die Runde davor hatten wir 5. Tatsache. 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 Gesamtergebnisse. So, Zeit für Rauchen und Pickelpause. Mach mal. Ja, geil. Schönen 2 mal. Ah, ich hab mich hochgekämpft auf den 4. Platz. Geil. Wie knapp ist denn das bitte? Immer um die Punkte. Läuft, läuft. So, ich muss jetzt das mal kurz erzählen. Gut, haben wir die Runde fertig. Heftiger Scheiß. Tschüss, Leute. Jo, haut rein. Hat auch nicht Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.